Und dann habe ich eine Schlaufe genommen, habe mich mit einer Hand dann an den Helikopter gehangen und Hannes zieht mich hoch und setzt mich wieder vorsichtig ab und der Kunde wollte immer mehr. Und dann habe ich dem Kunden wirklich noch gesagt, wissen Sie, Stunts macht man halt wirklich zwei oder dreimal, weil wir mit unserer körperlichen Kraft und mit der Konzentration so am Limit sind. Ich kann jetzt hier nicht den ganzen Nachmittag hängen, also überlegen Sie sich, vielleicht ist ja doch ein gutes Bild dabei. Und er wollte aber mehr und ich habe mich dann auch pushen lassen, was überhaupt nicht zu mir passt, weil ich kenne meine Grenzen und ich war auch schon am Limit. Aber immer noch mehr abspringen, nochmal, nochmal, nochmal und dann dieses ganz typische, ich bin müde, es ist zu viel, es sind schon 300 Bilder gemacht, einmal zu viel gesprungen. Und ich komme dann wirklich auf mit den High Heels auf dem Boden, knick um und breche mir dabei wirklich beide Mittelfüße.